Und damit sind wir in der nächsten Aufnahmesession von Monkey Island 2. Ich weiß nicht, wie lang die Aufnahmesession heute wird. Kann sein, dass es nur ein, zwei Folgen wird. Ist ja auch relativ egal. So, ähm... Wir haben immer noch das ganze Zeug dabei. Nehmen. Wow, so einfach kann man hier sonst noch irgendwas... Nö, geht zur Tür. Willkommen auf der Jolly Rasta... Ach Rasta... Oh Gott... Hm... Das sind ja meine Möglichkeiten. Scab Island, da will ich nicht zurück hin. Da komm ich gerade her. Hm... Booty Island! Wie jeden Tag Fasching ist. Hm... 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 Kannst du hier benutzen, um jeden Weg zu zeigen? Oh Gott! Äh... Pff... Erstmal Booty Island. Oh Gott! Ist das langsam! What the fuck? Was tut es? Wie fährt es? Was? Hallo! Alter! Was ist das denn für ein Umweg? Äh... Hallo? Chris! Wie behindert! Gut, so kann man natürlich Ladezeiten irgendwie überspringen, aber trotzdem... Alter! Booty Island! Mal gucken... Ähm... Rede mit! Alter Mann! Mein Horn nicht... Ach... Ah ja... Hm... Wollen sie nicht die Kanone feuern? Wollen sie nicht die Kanone feuern? Woow! Agos Devat! Nicht alter Mann! Dienten nur offiziellen Zwecken! WTF? Öh... Ja... Öffne Tür! Gehen wir da mal rein! Was ist das? Nehmen wir die polierte alte Säge! Ich würde gerne das da kaufen! Sehr schön! 25 Goldstücke! Oh! Nehme ich mit! 25 Goldstücke nehme ich die echt mit! Da ist sie echt nicht so! Hm... Jetzt haben wir die... Rede mit Parakei! Polywilden Keks! Oh Gott nein! Nebel haben! Echtes Nebel haben! Ja, 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 ja! Kann ich das auch kaufen? Kann ich das auch kaufen? Nehme ich mit! Will ich haben! Wenn ich es kaufen kann... Ich hole eben eins aus dem Lager! Ja! Hier bitte! Okay! Kartenstöck! Das darf ich nicht haben! Ach du Scheiße! Soll ich sie einpacken? Das kann ich mir nicht leisten! Hier! Kein Wunder! Ja! Ja! Okay! Nein! Nicht schließe! Gehen! Okay! Ähm! Kann ich wieder auf das Schiff drauf? Wo willst du hin, Mann? Ähm... Escape? Nö! Okay! Hier sind wir doch! Was ist das dann? Ach du Scheiße! Nee! Nee! Nee, da ist das! What the fuck? Wer bist du denn? Ich will eins von dem Flug lernen! Das sind diese Boote, diese gläsernd durchsichtigen Boote da! Ja, okay! Hm... Wer bist du erstmal? Sag mir erstmal deinen Namen! Komm! Captain... Kate... Ah! Captain Red ist nicht Captain Kate! Was für ne Party! Ja, ja! Weiß ich! Komm! Huw ab! Stan! Mein Freund! Bäh! Wie geht's dir? Leicht gebrauchten Särgen! Oh! 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 Du sollst eine Urne für Großmutter schreien! Ein neues Familiengrab! Oh Gott! Jetzt fängt er an zu labern, oder? Das hat er immer schon gemacht! M-mh! Huw ab! Ich mag nicht mehr! Ich mag nicht mehr! Ich mag nicht mehr! Ich mag nicht mehr! I-mw okay? Ich mag nicht mehr! Ich muss weg! Ich hasse es mit Stan zu reden. Das-Färbetaschentuch? What the fuck! Boah... Ich haße Stan! Der redet mir zu viel! Lopez mit mir zu viel! Warte mal, ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, aber da ist mein, äh, mein, 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 Antivir aufgeploppt. Hm. Da kommen, ne, warte mal. Gehen wir da hin oder zu? Parf. Parf, ich will erst mal wissen, wie die aussehen, die Dinge. Ja, also wie die Inseln aussehen. Na, jetzt fährt er wieder so behindert. Och, Mann, fahr doch anständig. Da, links, links, nein, nein, nein. Alter, du bekifftest Stück Scheiße. Geht doch. Oh, what the fuck? Äh. Wie you wanted. Äh, mein Name ist Müller. Hm, ähm. Müller, wie ein sehr ungewöhnlicher Name. Eigentlich nicht. Eigentlich ziemlich häufig benutzt. Äh, nein. Ich habe immer noch keinen Ausweis. Äh, hinter ihm, ein dreiköpfiger Affe. Er darf so, Freeport. Okay, laut, ich weiß, dass ich bin. Äh. Vielleicht ein andermal? Wow. Okay. Geile. Uuuh. Bist du der? Uuuh. Fette Stück Scheiße. Fette Stück Scheiße. Äh, warum? Ich bin noch Wanted. Da. Möchten Sie dich stören, wie ich den Geisterberaten LeChuck erlegt habe. Hä? Der lebt ja wieder. What the fuck? Äh, das ist irgendwie eklig. Er macht mir keine Angst. Wo kann ich ihn finden? Hm. Nicht gut. Ach, war mir klar. Dreckiges Stück Scheiße. Fettes Stück Scheiße. Hehehehe. Jetzt werden wir eingebuchtet. Gott, der Typ sieht so scheiße aus. Ich komme wieder. Nein. Ich komme wieder. Versuch gar nicht erst zu entkommen. Walt. Was ein süßer Dackel. Was süß. Warum haben die mein Geld gelassen? Und wo zur Hölle sind meine Sachen? Äh. Tür ist abgeschlossen. Nimm. Genau. Komm nicht dran. Nimm. Steine hatte man dran. Wow. Nimm Stock. Komm ich mit dem. Benutze Stock mit Knochen. Ich habe sonst Knochenmeister. Der wird voll daneben gehen. War mir so klar. Nimm. Knochen. Benutze Knochen. Mit. Walt. Bist ein Hund. Das Geräusch kenne ich. Das ist von Abo... Abo... Aboendes Blob. Das ist von Abo... Aboendes Blob. Alter, was ein Scheiß Öffnen Banane Das war wahrscheinlich von dem anderen Kerl Uh, da ist unser Zeug Aber wir werden noch direkt wieder gefasst, wenn wir rumlaufen, oder? So, Geiber 3 Board Hey, das bin ja ich Ach, nee, klick ins Bestie An GP Lecak, hä? Mhm 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 Hä Äh Ich bin bewaffnet Uh, und gefährlich Hu Sag ich doch Ähm, können wir da Moment, ist das nur ein Foto? Genau Da war irgendwas Da war irgendwas Uh Das ist doch cool Jetzt gucken wir doch mal Hier war doch irgendwo die Bibliothek Ach nee, Moment Schau an Schau an Wollen wir das Buch zu Big Boob Da Legende oder Realität? Das ist ja faszinierend Ja Rapscallion Rapscallion Young Lindy Okay Mr. Rouges Okay Captain GuterGott Was? Captain Marley 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 ist cool Also Marley Wer es nicht weiß Ist der Großvater Von Unserer Frau Oder, nee Hier sind wir noch nicht verheiratet Unserer Freundin Elaine Okay Oh Scheiße Oh Scheiße Vaputi Island Okay Weil der Fernseherwerbespot noch nicht erfunden wurde Oh Mann Mr. Rogers Extra starken Grog Okay War schlecht Und wurde nie wieder gesehen Hm Okay Mal gucken Oh Gott Bücher Psst Hm Reden wir auch mit Wollen sie eine tolle Geistgeschichte hören? Psst Psst Das ist ein Real Take Okay Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht Wir hoffen Halt 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 Halt